Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Schreibtechnikerin Fiel Selmarien und in diesem sechsten Teil der rhetorischen Stilmittelreihe widmen wir uns ein letztes Mal dem Thema Wiederholung. Vorher aber kurz zur Orientierung. In Teil 1 bis 3 dieser Stilmittelreihe ging es um die Troben. Dann hatten wir Teil 4 und 5 wo es um Wiederholungen ging und dieser sechste Teil ist wie gesagt der letzte Teil zu den Figuren der Wiederholung. Die Auflässigung der verschiedenen Arten von Wiederholung ist allerdings nicht vollständig. Figuren die nur in der Poesie vorkommen habe ich zum Beispiel bewusst weggelassen weil sie mit Geschichten nur wenig zu tun haben. Und einige Arten von Wiederholungen habe ich bestimmt auch vergessen. In diesem Fall bitte ich euch mich unten in den Kommentaren auf meine Versäumnisse hinzuweisen. Diese vergessenen Arten von Wiederholung werden bei Gelegenheit natürlich nachgeholt. So und nun stürzen wir uns ins Gefecht. Und dabei kommen wir als allererstes zur Alliteration. Die Alliteration bezeichnet eine Wiederholung von Anfangslauten. Diese Art von Wiederholung ist unter anderem im Marketing sehr beliebt. Man findet sie zum Beispiel in Werbeslogans wie Geiz ist geil. Aber auch in Namen fiktiver Figuren die man besonders gut vermarkten möchte. Zum Beispiel Donald Duck. Oder auch bei Titeln zum Beispiel von Büchern oder Filmen. Beispielsweise plötzlich Prinzessin. Die Alliteration hat im Übrigen auch eine sehr lange Geschichte. So gab es bei manchen Völkern früher die Tradition die Namen von Verwandten alliterieren zu lassen. Hier zum Beispiel ein paar Namen aus dem Bio-Wolf-Epos. Eine Extremform der Alliteration, also wenn alle Wörter den gleichen Anfangslaut haben, nennt man Tautogramm. Zum Beispiel Milch macht müde Männer munter. Wie ihr euch denken könnt, kommt die Beliebtheit der Alliteration nicht von ungefähr. Alliterationen sind prägnant, leicht zu merken und sie können eine Verbindung der alliterierenden Wörter bzw. Namen herstellen. Eine weitere Form der Wiederholung ist das Polyptoton. Das ist nichts anderes als die Wiederholung eines Wortstammes. Also wenn Cicero in einem einzigen Satz von einem Greise, einem Greis und einem Greisenalter spricht, ist es ein Polyptoton. Ein Sonderfall ist hier die Figura Etymologica. Diese ist gegeben, wenn die wiederholten Wörter verbunden sind und unterschiedlichen Wortarten angehören. Also zum Beispiel die Verbindung von einem Substantiv und einem Verb, die denselben Stamm haben. Ein konkretes Beispiel wäre ein Spiel spielen oder ein Kampf kämpfen. Der Effekt, den so ein Polyptoton erzielt, lässt sich zusammenfassen als Doppelt hält besser. Es wird etwas bekräftigt, eine Aussage wird Nachdruck verliehen und wenn richtig gehandhabt, hat so ein Polyptoton auch so eine spielerische Wirkung. Noch spielerischer wird es mit der Diaphora und der Paranomasie. Bei der Diaphora handelt sie sich um Klangwiederholung, also um Homonyme und manchmal auch Homophone. Homonyme sind Wörter, die gleich geschrieben werden, aber eine unterschiedliche Bedeutung haben. Also wenn wir sagen, dass hinter Fliegen Fliegen fliegen, haben wir die Fliege im Sinne von Insekt und wir haben Fliegen als Verb. Und Homophone, das sind Wörter, die gleich klingen, aber ebenfalls eine unterschiedliche Bedeutung haben. Eine Diaphora mit Homophonen wäre, wenn ich einen See sehe, brauche ich kein mehr mehr. Die Paranomasie ist ein ähnliches Phänomen. Auch sie verbindet Homonyme oder Homophone. Lieber Arm dran als Arm ab. Wer rastet, der rostet. An diesen Beispielen sieht man schön, dass die Homonyme bzw. Homophone sehr bewusst ausgewählt wurden. Die Verbindung zwei gleich klingender Wörter lässt die Aussage insgesamt noch prägnanter wirken. Auch die Paranomasie hat einen Sonderfall, nämlich die uns bereits bekannte Figura Etymologica. Der Unterschied ist hier, bei der Figura Etymologica haben beide Wörter denselben Stamm, wie eben bereits angesprochen. Spiel und Spielen haben denselben Ursprung. Arm im Sinne von wenig Geld und Arm im Sinne von Körperteil haben hingegen rein gar nichts miteinander zu tun. Dass die beiden Wörter gleich klingen, ist eigentlich purer Zufall. Im Zusammenhang mit der Paranomasie gibt es noch ein weiteres interessantes Phänomen, nämlich den paranormastischen Intensitätsgenitiv. Dieser ist gegeben, wenn ein Wort im Genitiv-Plural wiederholt wird. Zum Beispiel König der Könige, das Spiel der Spiele. Das ist eine durchaus sehr beliebte Spielerei, vor allem wenn es um Buch oder Filmtitel geht. Dass man auch Satzglieder wiederholen kann, beweist die Existenz vom Parallelismus und vom Chiasmus. Wir haben es mit einem Parallelismus zu tun, wenn zwei oder mehr Sätze oder Teilsätze dieselbe Abfolge von Satzgliedern haben. Sie hören weit, sie sehen fern. Beim Chiasmus hingegen hat der zweite Satz oder Teilsatz eine spiegelverkehrte Abfolge von Satzgliedern. Ach Gott, die Kunst ist lang und kurz ist unser Leben. Während wir beim ersten Beispiel das Subjekt in beiden Teilsätzen an erster Stelle hatten, haben wir das Subjekt in diesem Beispiel zuerst an erster und dann an letzter Stelle. Eine Sonderform des Chiasmus ist die Epanodos. Hier werden nämlich nicht nur die Satzglieder gespiegelt, sondern auch die Wörter, die sich in diesen Satzgliedern befinden. Zum Beispiel, wer nicht kann, was er will, der wolle, was er kann. Last but not least sprechen wir über die Tautologie und den Pleonasmus. Die Tautologie ist eine inhaltliche Wiederholung, zum Beispiel durch Synonyme oder gleiche Wörter. Nie und Nimmer, Geschäft ist Geschäft. Beim Pleonasmus hingegen werden ganz verschiedene Wörter gebraucht, die aber trotzdem dieselbe Bedeutung implizieren. Eine runde Kugel. Eine Kugel ist immer rund. Oder Gratisgeschenk. Ein Geschenk ist immer gratis. Wie die meisten anderen Formen der Wiederholung auch, sorgen die Tautologie und der Pleonasmus für eine Verstärkung des Gesagten. Eine runde Kugel fühlt sich beim Lesen runder an als eine normale Kugel. Und ansonsten eignen sich die Tautologie und der Pleonasmus wunderbar dazu, einen Text auszuschmücken und Atmosphäre aufzubauen. Es werden zwar viele, scheinbar überflüssige Wörter gebraucht, aber Wörter haben nicht nur die rein inhaltliche Bedeutung, sondern auch eine konnotative. Und diese konnotative Bedeutung ist in der Regel mit Emotionen verbunden. Und schließlich zu guter Letzt noch ein paar Hinweise. Die in diesem Video aufgelisteten Arten von Wiederholung kann man natürlich noch weiter in Unterarten aufgliedern, aber das trägt zum Grundverständnis und Überblick nicht mehr viel bei, deswegen habe ich sie weggelassen. Außerdem gilt, Vorsicht, Stilblüten. Schlechte Stilkreationen können zwar aus allen Stilmitteln heraus entstehen, aber nach meinem subjektiven Empfinden ist die Gefahr bei den in diesem Video aufgelisteten Stilmitteln besonders groß. Und schließlich, natürlich treten verschiedene Arten von Wiederholungen oft in Kombination auf. Zum Beispiel sieht man häufig einen Parallelismus zusammen mit einer Anapha. Also dass zwei Sätze oder Teilsätze nicht nur dieselbe Struktur haben, sondern auch mit dem selben Wort anfangen. Das war es dann für heute. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wenn dieses Video euch gefallen hat und ihr diesen Kanal unterstützen wollt, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!